Yo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns ja in Thailand im Urlaub. Wir sind jetzt in einem Aquapark. Hier gibt es richtig geile Rutschen. Und ich habe mir gedacht, ich drehe mal ein Video, wenn wir hier schon... Wenn wir schon mal hier sind. So, Rutschen haben wir noch nie auf meinem Kanal getestet. Ist mal was Neues. Deswegen die Frage, gefällt euch dieses Format oder nicht? Schaut es euch an und lasst einen Daumen hoch da. Oder einen Daumen runter, wenn es euch nicht gefällt. Komm, gehen wir zur ersten Rutsche, bevor ich gleich einen Sonnenbrand bekomme. Als erstes rutschen wir Python-Anaconda. Alter, wir mussten so viele Stufen hochgehen. Ey, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach jetzt schon nicht mehr. Okay Freunde, wir haben Reifen bekommen. Und es geht los. Ey, so cool, dass wir hier zu zweit drin sitzen. Ich glaube, die Rutsche hier ist so ziemlich chillig. Oh, jetzt geht es, glaube ich, ab, Alter. Oh, sie ist doch nicht so chillig, ey. Oh, Freunde, das ist so geil, Mann. Das ist echt so geil. Jetzt geht es wieder runter, guck mal. Alter, geil, Mann. Alter, richtig geil, ey. Richtig geile Rutsche. Oh, oh, Aimi muss ihren Bikini enger schnallen. Denn wie es aussieht, ist hier fast was rausgeflogen. Das wollen wir natürlich nicht. Ansonsten, Alter, ich bin so lange keine Wasserrutsche mehr gerutscht. Ey, es hat einfach so viel Spaß gemacht. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und das war nicht mal eine heftige, glaube ich. Okay, nächste Rutsche. Wir sind stecken geblieben. Nein, wir sind doch nicht stecken geblieben. Es ist aber wieder so eine Reifenrutsche, wo wir zu zweit drin sitzen. Ich bin gespannt, ich sehe nichts. Ich sehe nicht, was wir erwarten. Ah, jetzt. Jawoll, oh, Alter, er ließ sich drehen. Oh, Alter, wow. Du hast mich voll gespritzt. Ja, Mann, ey. Aimi voll ins Gesicht gespritzt. Was passiert hier, ey? Oh, das ist so komisch, wenn man nichts sieht. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Oh, mein Gott. Wasser hoch. Alter, das war geil am Ende, ne? Die waren ein bisschen mauer. Das war richtig geil. Oh, wow, Freunde. Die Rutsche war ein bisschen anders. Also, am Anfang war die eigentlich ziemlich entspannt. Aber am Ende ging es richtig runter. Richtig geiles Gefühl. Haben mir beide gefallen. Auf geht's zum nächsten, ey. Das ist, glaube ich, ein richtig geiler Tag. Let's go. Er ist irgendwie voll riesig. Ja, damit wir zwei schön reinpassen, mein Scherz. Okay, Freunde, es geht los. Wir stecken schon wieder fest. Oh, yes. Jetzt geht's richtig ab, ey. Ich habe noch eine Hand zum Festhalten. Ey, Schatz, gleich geht's richtig ab. Ich sag's dir. Gleich geht's ab. Schau dich an. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Das war nicht übel, ey. Die können wir nochmal rutschen, oder? Wow. Bumarango war echt richtig geil, ey. Müssen wir auf jeden Fall wiederholen. Diesmal schleppt Aymi das Ding nach oben. Das war nämlich ziemlich anstrengend. Und Aymi muss ja auch auf ihre Kosten kommen. Ach, wir sind oben, ey. Ich brauche gleich ein Beatmungsgerät. Okay, Freunde. Zweite Runde. Let's go. Oh, yeah. Hier am Anfang ist es noch so voll entspannt. Man will schon die ganze Zeit immer schneller. Aber dann hier. Oh, ja. Alter, fass ganz rum. Oh, mein Gott. Oh, man ist nicht alles ins Gesicht, ey. Alter, diesmal waren wir noch schneller, ne? Ja. Ich glaub's, ey. Das ist ein Spaß. Das sag ich euch, ey. Okay, nächste Rutsche, Freunde. Keine Ahnung, wie die heißt, aber wir gehen einfach rein. Ich seh nichts. Sterne. Oh, cool, ey. Sterne, wow. Alter, hier kann man sich gut den Kopf anschlagen. Das ist so eine richtig gute Kopfanschlag-Rutsche. Und jetzt? Oh, nie. Oh, mein Arsch. Aua. Aua, das hat voll am Arsch weh. Er ist halt so am Arsch gezwiebelt, Alter. Eine Rutsche fehlt uns jetzt noch an dieser Ecke. Das ist die erste Rutsche, die man alleine rutschen muss. Man bekommt einen Schwimmreifen. Ja, ich bin mal gespannt. Ich werde die zuerst rutschen, dann kann ich Aymi hier unten noch abfilmen. Wir gehen rein. Let's go. Oh, hier sieht man auch überhaupt nichts, ey. Alter, wie dunkel. Es ist so dunkel. Aber die ist voll entspannt. Glaube ich zumindest. Ich will mich nicht umdrehen, ey. Ich habe Angst um meine Füße, Alter. Oh, die ist richtig entspannt. Jetzt? Oh, okay. Die war so entspannt, Freunde. Das war echt gar nichts. Oh, Mann, ey. Ich wollte schön filmen, wie Aymi unten ankommt. Und da hat mich der Bademeister einfach weggeschickt, obwohl ich 100 Meter entfernt war. Jetzt bin ich traurig. Wir müssen uns jetzt erst mal was zu trinken holen. Wir haben nämlich echt mega Durst. Mal gucken, was es hier so gibt. Die nächsten drei Rutschen, die wir jetzt testen werden, da darf ich innen drin leider nicht filmen. Die hier sind das. Da hinten. Das sind die extremsten Rutschen hier in diesem Aquapark. Und die eine hat sogar, glaube ich, ein Looping mit so einer Falltür. Ich bin mir nicht sicher. Werden wir gleich auschecken. Aber auf jeden Fall werde ich das Ganze von außen filmen. Dann sehen wir wenigstens, wie wir unten ankommen. Als allererstes starten wir jetzt mit der ganz rechts, mit der blauen. Die hat da so ein Looping. Ich mache den Vortritt. Ich bin gespannt. Okay, Freunde, es geht gleich los. Ich bin etwas aufgeregt. Das hier ist die Rutsche. Da steige ich gleich ein. Und dann geht es richtig ab, du. Let's go. Tschüss, Schatz. Ich liebe dich. Geil. Und wie ist es? Ey, das ist schon Achterbahn-Feeling, Alter. Boah, Freunde, ich bin schon mal so eine Rutsche gerutscht. Aber die war nicht so heftig wie die. Also die ist heftiger. Der Bauch fliegt sowas von weg. Ich bin so gespannt, wie das bei einem jetzt sein wird. Vor allem, wenn man so drin steht und wartet, bis die Falltür aufgeht. Das ist irgendwie das Schlimmste. Eimi traut sich das einfach nicht. Aber einfach reingehen. Und ja, da kann man eh nichts mehr machen. Das wird so spannend gleich. Das ist so gut, ey. Und wie war es? Geil. Echt? Ja. Und ist dein Bauch weggeflogen? Ja, aber wie? Und hast du Angst? Oh, meine Beine haben so gezittert, dann als ich aufgestanden bin. Okay, Freunde, wir nehmen jetzt die orangene. Die hat kein Looping, aber ich glaube, die geht jetzt wirklich sehr schnell und sehr steil. Ich mache den Vortritt. Diese Treppen, ey. Also war schon ganz gut, aber die mit dem Looping, die war härter. Also die wird nicht so heftig sein. Du bist dran. Jetzt geht's ab, ey. Der hat ja gar keinen Mucks von sich gegeben, ey. Oh, richtig lecker, ey. Ey, wisst ihr was? Ich habe ein gewaltiges Problem. Und zwar, ich glaube, meine Füße sind verbrannt. Es tut auf jeden Fall so weh, wenn ich anfange zu laufen, nachdem ich so ein bisschen saß. Wir haben auch keine Badelatschen mitgenommen, weil auf der Webseite stand, dass es so ein wärmeabsorbierender Boden ist, wo man keine braucht. Aber es ist einfach zu heiß. Boah, Alter, das zwiebelt richtig in den Füßen. Aha, ist das unangenehm. Oh, uns ist gerade aufgefallen, hier gibt es noch eine Rutsche. Die sind wir noch gar nicht gerutscht. Und zwar nennt die sich Aquacoasters. Und so wie es aussieht, kann man da auch mit dem Reifen zu zweit drauf. Also, Amy, worauf warten wir? Ich bin ein Gentleman, denn ich lasse meine Frau das Ding tragen. Alter, sieht das geil aus. Zieht euch das rein. Man wird da nochmal so gepusht oder was? Wow. Oh, mein Akku ist gleich leer, aber komm, let's go. Woll, da geht es. Wow. Wow. Oh, Alter, die hat ein bisschen beim Arsch geballert. Nochmal. Oh, was ist das, ey? Die ist ja geil, Mann. Wow, die ist echt geil. Freunde, ey. Oh, meine Arsch, ey. Das hat ein bisschen mein Arsch weggeballert. Alter, die ist voll lang. Das gefällt mir. Oh, das gefällt mir. Ja, die war auf jeden Fall nicht übel. Die müssen wir nochmal rutschen, ey. Oh, das fliegt schon weg, ey. Oh, das ist geil, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Wow, Freunde. Wie am Anfang gesagt, falls ihr noch mehr Aquaparks sehen wollt, die wir testen, Daumen hoch. Ansonsten könnt ihr euch hier zwei Videos anschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wir hatten sehr viel Spaß beim Drehen. Wir sehen uns. Peace.